Hallo und willkommen zum Lernvideo mit dem Thema Integralrechnung. In diesem Video möchte ich dir die Grundlagen der Integralrechnung näher bringen. Es gibt zwei verschiedene Integrale. Zum einen das unbestimmte Integral und zum anderen das bestimmte Integral. Der Unterschied besteht darin, dass beim unbestimmten Integral oberhalb und unterhalb des Integrationszeichen kein Buchstabe steht. Die stehen nur beim bestimmten Integral. Diese Buchstaben sind die obere Grenze sowie die untere Grenze. Die Funktion, die hinter meinem Integrationszeichen, also dieses lang gestreckte S, steht, heißt Integrant. Diese Funktion wird also integriert. Mein x in grün ist die sogenannte Integrationsvariable, nach der integriert wird. Unterschiede gibt es auch bei der Rechnung. Das heißt, hier habe ich zum Beispiel das Integral von x² nach dx. So spricht man das Integral aus. Wenn ich das lösen möchte, bilde ich die sogenannte Stammfunktion. Das wäre in unserem Fall x³. Wie man die Stammfunktion bestimmt, siehst du in einem anderen Lernvideo. Wichtig aber beim unbestimmten Integral ist es, dass nach der Stammfunktion immer ein plus c steht, die sogenannte Integrationsvariable. Das musst du dir merken. Bei dem bestimmten Integral mit den Grenzen a und b müssen wir diese auch noch einsetzen. Das mache ich gleich an einem Beispiel. Wichtig ist hierbei aber noch, dass ich nochmal aufschreibe, dass Groß f von x die Stammfunktion ist. Und zwar die Stammfunktion von meiner Funktion klein f von x, also meinem Integranten. Schauen wir nochmal nach oben. f von x war mein x² und x hoch 3 Drittel meine Stammfunktion f von x. Wieso heißt dieser Satz jetzt Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung? Das Integrieren ist genau die Umkehroperation zum Ableiten, also zum Differenzieren. Das heißt, wenn ich meine Ausgangsfunktion f von x ableite, erhalte ich ja meine Ableitungsfunktion f' von x. Ich kann aber auch rückwärts gehen. Das heißt, wenn ich meine Ableitungsfunktion integriere, erhalte ich wieder meine Ausgangsfunktion. Wenn ich meine Ausgangsfunktion integriere, erhalte ich meine eben eingeführte Stammfunktion Groß f von x. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn ich meine Stammfunktion Groß f von x ableite, erhalte ich wieder meine Ausgangsfunktion. Ich möchte jetzt mit dir nochmal diesen Hauptsatz an einem Beispiel anwenden. Gegeben haben wir das Integral von x Quadrat nach dx in den Grenzen 1 bis 2. Wir bilden zunächst meine Stammfunktion. Die Stammfunktion war x hoch 3 Drittel in den Grenzen 1 bis 2. Das heißt, meine Stammfunktion schreibe ich in eckigen Klammern und meine Grenzen an die rechte Seite oben und unten. Was ich jetzt machen muss, ist in meine Stammfunktion die obere Grenze einsetzen. Das mache ich mal, also 2 hoch 3 geteilt durch 3 und von dieser oberen Grenze eingesetzt, ziehe ich ab. Aufpassen, immer wenn ich was abziehe, eine Klammer setzen. Jetzt setze ich die untere Grenze ein, also 1. 1 hoch 3 Drittel Klammer zu. Heraus kommen, 2 hoch 3 sind 8, 8 Drittel minus 1 Drittel, das sind 7 Drittel. Was bedeuten jetzt diese 7 Drittel? Wenn ich mir jetzt den Funktionsgrafen x Quadrat mal anschaue und die Grenzen 1 bis 2, worüber ich integriert habe, dann sind diese 7 Drittel genau die Größe des Flächeninhalts unterhalb des Funktionsgrafen bis zur x-Achse. Nochmal zusammengefasst, es gibt zum einen ein unbestimmtes Integral sowie ein bestimmtes Integral. Der Unterschied besteht darin, dass beim Bestimmten wir noch eine untere und eine obere Grenze haben. Bei dem unbestimmten Integral kommt neben der Stammfunktion immer ein plus c dazu. Das Groß-F von x heißt Stammfunktion von f und wenn ich die Stammfunktion bilde, bei dem bestimmten Integral setze ich die obere Grenze ein und ziehe davon ab, wenn ich die untere Grenze einsetze. Mein Ergebnis entspricht genau dem Flächeninhalt unterhalb des Funktionsgrafen in meinen Grenzen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal. Dieses Video wurde präsentiert vom Online-Lerncenter der Schülerhilfe. Viele weitere Videos, tausende Arbeitsblätter und vieles mehr findest du auf olc.schülerhilfe.de auf die Marketing Musik 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 Musik